Blüten unterscheiden sich in ihrer Grösse, Farbe und Form sehr stark. Letztlich hat aber jede Blüte die gleiche Aufgabe. Und das ist die Fortpflanzung. Deshalb sind alle Blüten aus denselben Grundstrukturen aufgebaut. Die Blüte der Angiospermen oder bedecktsamigen Pflanzen ist ein stark verkürzter Sprossabschnitt. Einerseits liegen die Blätter näher beieinander, andererseits haben sie evolutiv starke Metamorphosen erfahren und erfüllen heute ganz unterschiedliche Funktionen. Eine Blüte ist gegen Aussen durch die Blütenhülle oder das Periant begrenzt. In diesem Beispiel besteht die Blütenhülle aus zwei verschiedenen Blatttypen. Die Kelchblätter oder Sepalen sind meist grün und ledrig derb ausgebildet. In einer Knospe oder geschlossenen Blüte bilden sie die äusserste Schicht und schützen so die Blütenorgane im Innern. Die Kronblätter oder Petalen sind oft intensiv gefärbt, wenn die Pflanzenart von Insekten bestäubt wird. Weil die Blütenhülle in diesem Beispiel aus zwei verschiedenen Blatttypen besteht, ist es eine doppelte Blütenhülle. Anschliessend werden wir auch die einfache Blütenhülle kennenlernen. Die Rose besitzt eine doppelte Blütenhülle. Bei der geschlossenen Knospe sehen wir lediglich die grünen Kelchblätter und erst wenn sie sich öffnet, entfalten sich die roten Kronblätter. Viele Pflanzenarten besitzen Blüten, die gleichzeitig weibliche und männliche Fortpflanzungsstrukturen hervorbringen. Der Stempel oder Pistill ist der weibliche Teil der Blüte. Er besteht aus einem einzigen oder mehreren miteinander verwachsenen Fruchtblättern. Im Innern der Fruchtblätter entwickeln sich die Samenanlagen. Der Stempel besteht aus der Narbe, auch Stigma genannt. Hier landen die Pollenkörner. Der Griffel oder Stilus verbindet die Narbe mit dem Fruchtknoten, dem Ovar. Im Innern des Fruchtknotens befindet sich die Samenanlage. Darin entsteht der Embryosack mit der Eizelle. Deshalb bilden alle Fruchtblätter zusammen das Gynözeum oder Haus der Frauen. Das Staubblatt oder Stamen ist der männliche Teil der Blüte. Es besteht aus einem dünnen Staubfaden oder Filament, das die Staubbeutel oder Anteren trägt. In den Anteren entwickelt sich der Pollen. Weil der Pollen die Spermazellen erzeugt, bilden alle Staubblätter zusammen das Andrözeum oder Haus der Männer. Die Tigerlilie besitzt eine einfache Blütenhülle. Alle Blütenblätter sind gleich in ihrer Erscheinung und heissen Perigonblätter. Eine Unterteilung in Kelch- und Kronblätter fehlt. In der geschlossenen Knospe sind die Perigonblätter zunächst noch grün. Erst wenn sie sich öffnet, erhalten sie ihre leuchtenden Farben. Der Staubfaden und die Staubbeutel ergeben das Staubblatt. Nimmt man alle Staubblätter in einer Blüte zusammen, erhält man das Andrözeum. Fruchtknoten, Griffel und die Narbe bilden zusammen den Stempel. In dieser Blüte ist der Stempel das Gynözeum. Um die Entwicklung von Frucht und Samen verstehen zu können, muss man den Aufbau des Fruchtknotens untersuchen. Im Fruchtknoten drin befindet sich der Embryosack, der wiederum aus acht Zellen besteht. Die Eizelle ist von zwei Helferzellen flankiert, den Synergiden. In der Mitte befinden sich die beiden Polzellen und entgegengesetzt die drei Antipoden. Diese acht Zellen bilden zusammen den Embryosack. Weil die Synergiden und Antipoden keinen Beitrag zur Entwicklung von Frucht und Samen leisten, blenden wir sie wieder aus. Bei der Befruchtung verschmilzt die Eizelle mit einer Spermazelle, die von einem Pollenkorn stammt. Die befruchtete Eizelle entwickelt sich über einen Embryo zum Keimling. Die beiden Polzellen durchlaufen eine etwas andere Entwicklung. Zunächst verschmelzen sie miteinander zur Zentralzelle. Die Zentralzelle wird ebenfalls von einer Spermazelle befruchtet und entwickelt sich zum Endosperm. Das ist ein Nährgewebe. Während der Keimung liefert es dem Keimling Energie und Bausteine, um die ersten Wurzeln und Blätter bilden zu können. Der Embryosack entstand im Nuzellus, der von den Integumenten umgeben ist. Die Mikropyle ist eine kleine Eintrittsöffnung für den Pollenschlauch. Weil aber die Spermazellen nicht schwimmen können, müssen sie vom Pollenschlauch direkt zu ihrem Bestimmungsort transportiert werden. Der Embryosack, Nuzellus und die Integumente bilden zusammen die Samenanlage. Aus der Samenanlage entwickelt sich der reife Samen. Die Integumente bilden die äusserste Schicht und entwickeln sich zur Samenschale. Die Samenanlage ist vollständig vom Karpell umgeben. Daraus wird die Frucht. Im reifen Zustand ist der Samen von der Frucht umschlossen bzw. von der Frucht bedeckt. Das hat der ganzen Pflanzengruppe ihren Namen gegeben. Angiospermen bedeutet die bedecktsamigen Pflanzen.